Hallo zusammen, willkommen zurück zu Galactic Science mit dem Kev. Hallihallo! Und den Zwarg. Hallöchen. Man sieht nur die Namen, die sind gerade im Keller am chillen. Guten Tag, was macht ihr denn hier? Auf die Party, Kellerparty. Was ist denn da los? So, ich würde sagen, wir machen mal weiter in den Questbook. Der Kev hat auch ein bisschen was nachgelegt hier, damit wir bei Mindsham mal ein bisschen weiterkommen. Genau. Weil der Schäbiger... Ey, diese Sterling-Generatoren sind verdammt günstig, oder? Die sind nicht so teuer, oder? Die kosten ja nur ein Eisen, weil uns wurde von den Zuschauern, und das möchte ich gerne schuldigen, dass ich hier ins Wort reinbringe, und zwar viele Zuschauer haben gesagt, passt bloß auf, einmal euer Stern, alle, werdet ihr richtige Probleme haben, weil die ganze Maschinerie soll angeblich relativ viel Energie ziehen. Achso, hier unten, die meinst du? Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach so zwei Sterling-Generatoren hier unten dran, auch ans Kabel, und die knallen wir einfach auch mit dem Stack Kohle rein, damit wir so ein bisschen Luft haben. So Unterstützung, kriegen wir einen in die neue Sterne, oder nicht? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wo ist denn mein Questbuch? Ah, hier ist ein Questbuch drin. Mein Hardcore-Quizbuch. Könntest du mir Gold geben? Das wäre wundervoll. Gold, 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 Sekunde! Wie heißt der? Walter White begibt sich mal ganz kurz in den... Genau, mach ein bisschen Chemie. Ich muss mal ganz kurz suchen, ich habe schon so viele Elemente drin. Ah, Gold ist ja AU. Oh ja. Ein Sorting Barrel können wir machen, und zehn Eisen, wenn du hast. Also fern du, obwohl Eisen könnte man noch in den Kisten haben irgendwo, ne? Eisen kann ich ja auch machen, also jetzt... Neun Eisen habe ich schon. Oh yeah. Wie ich Gold mache. Nicht schlägt. Gold Block, Gold Nuggets, oder was willst du haben? Äh... Eine goldene Karotte kann ich dir auch machen. Obwohl, ich sehe gerade, wir haben Gold Nuggets, sorry. Ich kann dir Gold Apfel machen, alles was du willst, mein Freund. Dann nehme ich nur ein Eisen, nehme ich nur ein Eisen, wenn du hast. Ein Eisen, FE ist das. Okay, FE habe ich. Kennst du das schon auswendig? Ja, FE, äh, noch von der guten alten Mutter Chemie. Leute, als ob man da aufgepasst hättest. Oh, hier, ja, ja, er schickt gleich. Also wenn du ein Eisen willst, kannst du aus dem, oder ich lasse dich hin, da. Ja, dankeschön. Mehr als eins? Ne, eins ist gut, glaube ich. Wundervoll. Ich mache mal zwei Sterling-Generatoren, da brauche ich auch nochmal zwei. Deswegen... Aber damit kommen wir ja schon mal weiter, ne? Mit dem Eisengedöns. Ja, wir sind schon vier weiter. Sehr gut. Aber vor allem diese, ähm, dieses Rausziehen der einzelnen Elemente aus diesen Materialien, das kostet halt auch verdammt viel. An Material meinst du? Achso, Energie. Deswegen, also habe ich halt Angst, dass meine unendlich Elemente-Maschine da halt eben dann, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Minus macht. Nicht unendlich ist. Oh, hier ist auch noch Eisen drin. Wir sollten vielleicht mal irgendwas sortieren. Vielleicht mal so ein Barrel-Lager, dass wir einfach mal so einen Raum haben, wo wir so ein komplettes Lager haben, wo alles drin ist. Wäre das nicht geil? Warte, das wäre gut. Sollen wir das hier vielleicht neben dem, neben dem Abgang machen? Was? Was ist das denn? Karotten. Geil. Braucht dafür Stone Bricks. Haben wir noch Stone? Oh ja. Cool. Warte mal. Warte mal, der Spark hier. Er, er sichert die Base mit seiner Pickaxe. Ja, ich habe die lange im Überblick. Genau. Pass bloß auf. Ich habe gerade im Questbuch ein bisschen nachgeguckt, wie es mit dem weitergehen kann. Also es hieß ja, wir sollten uns schon an das Questbuch halten. Und dann kommen wir auch voran. Ja. Und uns die Dinge halt genau durchlesen. Und ich bin da gerade ein bisschen am gucken. Wir können einerseits halt dann von, ähm, so einen Liquid Transfer Note machen. Da kriegen wir dann nämlich auch noch Speed Upgrades von. Oh, schön. Das ist nämlich ganz nice. Weil dann können wir nämlich, äh, die da reinhauen für andere Nodes. Oder halt, okay schon, okay schon, okay schon. Was ist das? Da gibt es nochmal andere Upgrade Zeugs. Das kenne ich noch nicht. Das ist vom Module Extraction Ding. Und, äh. Haben wir noch irgendwo Energiekabel? Weiß das einer? Nee. Hier sind Transferpipes drin, aber kein Energie. Ich weiß gar nicht. Wo war ja draußen nicht was? Also Energykabel haben wir keine mehr, denke ich. Wir hatten ja fünf oder so bekommen durch Quest. Oder sechs haben wir bekommen. Oh, loll, hier gibt es sogar so ein Energy Storage Modul. Das ist komplett leer. Okay, wir haben echt Energie gezogen in letzter Zeit. Ähm, Kaffee, ich habe hier. Hast du eins? Ich habe elf Kabel. Uh. Die waren oben drin. Da können wir sogar mehr als ein, lass uns mal drei Sterling-Generatoren nehmen. Sicher, sicher. Jetzt will er hier raushauen, weißt du? Wir haben keinen Strom mehr für Sauerstoff. Das ist ein echtes Problem, ne? Ja, deswegen bin ich ja gerade dabei. Warte, warte, warte. Das ist jetzt zweitrangig. Erstmal die, erst mal die Chemie. Erstmal muss die Chemie stimmen. Ja, du kannst das Kabel da ja rausnehmen. So. Also wir haben jetzt hier diese, wie heißt die? die Sorting Barrel, was man damit auch immer machen kann. Ich glaube, die sortiert, oder? Ich glaube auch, aber was sortiert sie? Okay, also wenn ihr Kohle habt, könnt ihr die da reintun. Ich stelle die mal einfach hier neben. Also Kohle in die Generatoren, dann haben wir nämlich auch wieder was für die Luft. Ach, guck mal, die ist jetzt wie die Kiste unten, die Sorting Chest hat hier so einen gelben Rahmen. Aber was der jetzt bringt, weiß ich nicht. Das werden wir dann gleich herausfinden, hoffe ich. Wisst ihr, was mir gesagt wurde? Nein. Und zwar Wasserstoff, wer kennt das aus dem Chemieunterricht? Wenn man immer Chemieunterricht anfängt, in jeder Klasse, da ist es doch so, wo da von wegen so Wasserstoff in so eine Reigenz hast, dann bam, so eine fette Feuerflamme. Und ich glaube, Wasserstoff brennt. Und den kann man auch, ja, den kann man auch in den Ofen tun. Wasserstoff entzündet. Und mir hat nämlich ein User einen Tipp gegeben, und ich kriege ja Wasserstoff aus bestimmten Ressourcen raus. Dann kann ich das Wasserstoff aus der Ressource nehmen und das wieder dafür verwenden. Oh. Ja, um halt Energie zu gewinnen. Energie zu machen, ja. Genau. Ach, wir haben zu viel. Ach ja, ich sehe gerade, der Oxygen-Kollektor, der läuft gerade leer, ne? Vielleicht muss ich das auch irgendwie anders anschließen, ich weiß nicht. Dass wir vielleicht sagen, nur, dass nur die Sterling-Generatoren die Energie für die Chemie geben und wir unseren Stern sozusagen nur fürs Überleben behalten. Für die Luft im Grunde, ne? Genau. Das macht Sinn auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre ganz gut, dann baue ich das mal hier ab. Das macht Sinn. Meine schöne Konstruktion, meine schöne Konstruktion. So, warte mal, haben wir nicht mal irgendwann ein Sorting, ah ja, ein Sorting-Upgrade ausprobieren? Schauen wir mal, kann man das so zusammen craften? So. Ah, das ist eh falsch. Lul. Was ist das hier? Synthesizer, den brauchen wir. Das braucht auch Energie. Ja, das geht gerade wieder in die Crafting-Abteilung. Was wir mit den Sortierungskisten machen, müssen wir mal gucken, weil es gibt ja auch noch einen, ich glaube, einen Router oder sowas, ne? Boah, ich glaube schon, ich glaube schon. Damit kann man quasi so eine Sortierung machen. Also es gibt echt viel, glaube ich, deswegen, da kommen noch einiges auf uns zu. Und demnächst vielleicht irgendwie mal drei Dias oder so, ob man für eine Diaspitz hat keine Hoffnung, damit kann man diese Meteoriten abbauen, weil mit den Meteoriten kann man das ja übelst zu Eisen zusammen craften. Ja, das ist ja auch gut. Also ich weiß nicht, ob das an der Diaspitze geht, ob das nochmal ein nächstes Level irgendwie braucht. Ne, wir brauchen Silk-Touch, hat jemand geschrieben. Und da sollten wir irgendwie den Verzauberer machen von Ender.io. Ich weiß nicht, ob der teuer ist. Okay. Was sagt da zumindest jemand? Ich guck mal eben, Ender.io. Wieso kriege ich denn gar keinen Sound? Enchanter, Dark Steel. Könnte teuer sein. Hast du keinen Sound? Ja, ich kriege, ich, meiner kriege ganze Zeit Schaden vor Hunger, aber ich habe irgendwie keinen Sound. Vielleicht zu leise eingestellt? Also ich habe es auch minimale, ich habe auch fast nichts, aber. Ich glaube, das ist, weil hier wirklich wir auf dem Mond sind. Ach Mist, ich habe die Kiste falsch zusammengebaut. Oh nee. Na gut, dann sterbe ich halt eben. Warum? Dann ist das halt so. Hast du keine Luft mehr? Grausame Welt. Leute. Du hattest ja noch einen Alben. Alter. Oh nein. Habe ich dich weggeknittet? 50% weg. Bist du gesprungen oder was? Nee. Also keine Ahnung, ich bin halt geflogen, wie man halt so fliegt auf dem Mond. Wie man halt so kämpft im Flug. Ja. Nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich so eine Kiste gebaut. Ach so geht das. Ach verdammt. Ach nee. Ich bräuchte noch Eisen, wenn du hast. Äh, ja. Ich habe das jetzt umgebaut hier. Also tatsächlich. Aber ich will ehrlich gesagt unser. Oh, jetzt habe ich das schon alles verbraucht. Ich will ehrlich gesagt unsere wertvolle. Ja, wertvolle. Unser wertvolles Zeug nicht verballern. Wir brauchen ja hier. Wir haben hier eigentlich genug Kohle. Ach, mit FE macht man einen Iron. Genau, 16 FE musst du halt auch richtig hintun in den Synthesizer. Das heißt, wenn du jetzt 16 FE rausnimmst, dann das rechte Maschinchen sozusagen. Also warte mal, 16 FE sind ein Iron, oder? Genau, ein Iron Ingot. Ach du Scheiße. Also ist halt nicht günstig. Nur deswegen siebe ich halt Kabel durch, weil wir das haben. Aber das kostet halt auch wieder Energie. Stimmt. Aber sollten wir auf jeden Fall machen. Aber jetzt geht es doch relativ, also es geht ziemlich schnell, muss ich gerade sagen. Ah, den Synthesizer. Komm schon rein. Ah, lieber nicht alles. Wie viel Eisen brauchst du denn? Äh, 10. Ui. Was wäre das ganze Eisen hier von uns? Ja, leider schon. Ich habe die Kiste leider falsch gebaut. Das war ein bisschen dumm. Aber wir haben jetzt eine richtig große Kiste. Und ich sammle hier. Der Cap sammelt und ich verbrauche alles. Ist ja gemeinsam. Warte, ich packe den mal hier in die Kiste. Wollen wir nicht ganz easy Eisen eigentlich jetzt erzeugen? Also wie willst du das machen mit FE? Ja, das Ding ist, ich habe jetzt zum Beispiel, ich siebe jetzt Kabel durch und habe jetzt zum Beispiel zwei FE bekommen innerhalb der letzten 10 Sekunden. Das heißt, wenn wir weiter so machen, da kriegen wir halt auch anders. Wir kriegen Titanium raus, Silikon. Da gibt es halt alles mögliche. Alles, was halt hier in der Kiste ist, ist da raus. Das heißt, wir haben auch schon ein bisschen viel mehr. Aber ein FE heißt wirklich ein Eisen. Ne, 16 FE heißt ein Eisen. Oh, das ist sad. Das ist teuer. Ich sage euch ja ein bisschen, was brauchen wir? Leider, leider. Aber dann geht es ja eigentlich hier, ne? Nicht schlecht. Also FE ist jetzt alle. Wie, FE ist alle? Ja, ich habe neun Eisen, ne? Wir brauchen das für die Quest. Nicht schlecht. Da haben wir noch sechs FE. Ich heule gleich. Und AU macht man mit Gold, ne? Gelaunt mir mein FE. Da haben wir wieder sechs. Bitte nicht klauen. Ne, ich lasse es drin. Nicht klauen. Aber wir haben kein AU. Doch, wir haben AU. Wir haben AU. Gold brauche ich nur einpacken. Ich brauche nämlich insgesamt auch einen Hopper. Denn ich habe gelesen in den Kommentaren, dass ich ein... Weil hier geht die Produktion eigentlich immer ins Stagnieren von der Holzkohle, die wir ja zum Leben brauchen. Ja. Wenn wir keine Steinspitzhacken mehr haben. Und wir können da halt nur Steinspitzhacken reintun. Und wenn man da einen Hopper dran baut und eine Chest, kann ich die Chest oder nur den Hopper dann... Gehen halt trotzdem Bäume hin. Weil die halt auch wenn auf der einen Blockhöhe was ist, bauen die sich trotzdem. Aber halt eben füllen sie auch nach. Und dann haben wir wenigstens einen Puffer von fünf, sechs Sachen. Also von Stone Axis. Dann geht es auch hier weiter. Sehr gut. Aber das ist echt geil, der Mod, ne? Mit der Jamical Decompose. Mega cool. Aber zum Glück spielen wir nicht Hardcore, ey. Da wären wir schon... Ja. Wie bei Reset. Wir wären häufig gestorben, glaube ich. Genau. So, ja. Spark spielt erstmal alleine weiter. Wir sind tot. Ich versuche mal Rezepte rauszukriegen. Nein, nein. Ich meine, wenn wir auf Hardcore gespielt hätten. Ja. Bei dir ist alles gut. Ja, ich bin immer noch überlegen. Irgendwie kriegt man jetzt nochmal dieses Dash raus. Wo war das nochmal? Dash. So auf dem Mars, glaube ich, ne? Ich glaube, ey, das wird so schwierig. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir drei Raketen bauen müssen statt einer? Äh, ja. Ich wollte es nochmal erwähnen, also... Ist das denn schwer? Die ist schon nicht unaufwendig. Ich glaube schon. Also ich glaube echt, laut Rezepten, laut Questbuch und allem, wir sollten mit dem Schritt zwei halt weitermachen. Das ist schon sinnvoll aufgebaut, ne? Also wenn wir jetzt A Whole New Moon fertig haben mit dem neuen Mond, dann sollten wir auf zwei gehen und wirklich schon eine Rakete bauen. Da zielt es drauf ab, so wie es aussieht. Weil alles andere braucht so viel Eisen und Materialien, die wir noch gar nicht haben. Zum Beispiel Dash oder so, das es erst auf dem Mars gibt, da können wir gar nicht weiter. Ja. Okay, macht auf jeden Fall Sinn. Kurze Frage, ich kann Reward aussuchen. Mehr kann ich nicht, kriege ich alles. Schon gut. Hey, wir können auch das gleiche, was wir mit dem Woodcutter gemacht haben, das gleiche kann ich euch bauen mit einer Farm. Achso, mit, mit... Ja, ich sehe das hier gerade. Es ist auch in Schritt zwei. Da gibt es halt hier diesen Serial Killer. Das heißt, einen Mobfarmer gibt es sogar auch. Könnte man den Eingang stellen. Der tötet immer irgendwelche Zombies. Das gleiche gibt es aber auch für den Old MacDonald. Ich glaube, ich mache den mal. Den Wooden Planter. Sollen wir den dann nach hinten mal hinstellen, wo das Tor hinführt? Da würde ich dann das nächste Mal so einen Weg da hinbauen, dass der auch safe ist. Ja. Und ich habe hier noch ein paar Kisten gemacht. Eisenkisten und Diamond Chests habe ich gekriegt. Oh, sehr schön. Als Reward. Und Spark sagte, Punkt Nummer zwei, Going Up in the World. Open. Obwohl, warte mal, haben wir den Circuit Fabricator. Da wolltest du doch mal Gas geben. Genau, in der nächsten Folge habe ich den. Sehr gut. Ich glaube, die nächste Folge ist ja bei dir, ne? Richtig. Sehr gut. Dann passt das ja voll cool. Was machen wir eigentlich mit dem Mikroskop, Kev? Ähm, das ist nur dafür da, um zu analysieren, um zu wissen, was du aus welchen Items rauskriegst. Also Quatsch, ne? Also das kann dadurch oben stehen bleiben. Nö, das kann stehen bleiben. Ich meine ja, das können wir einfach reinlegen, dann kriegen wir die ja sowieso. Ne, ne, wir kriegen die nicht raus. Der sagt uns nur, was wir rauskriegen würden. Ah, okay. Das heißt, falls du zum Beispiel irgendwas Wertvolles hast, wie den Netherstar, den du würdest ja erstmal prüfen, was du sozusagen aus ihm kriegst, bevor du ihn einfach einschmelzt, wenn er weg ist. Ja, stimmt. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Obwohl, wer weiß. Ich würde ihn wahrscheinlich einfach reinlegen. Ja, glaube ich auch. Und weg. Haben wir noch Erde für die Farm hier? Ich glaube nicht, ne? Ich habe gerade keine mehr gefunden. Doch, hier. Ich baue die ganze Zeit Erde an. Also das ist halt das Ding, was ich mache. Ich brauche insgesamt 10 Eisen, also für Hopper, weil dann kann man einmal die Baumfarm automatisieren und die Erdefarm automatisieren, weil wir kriegen so viele Setzlinge raus. Mittlerweile schon zwei Steaks. Ich brenne mittlerweile schon mit Setzlingen. Und wir haben hier bei 27 Äpfeln. Hier ist noch Eisen drin. Hat einer den Hammer übrigens? Oh, oh, oh. Ich habe den. Und dann könnten wir mal, genau, dann mache ich mal ganz kurz ein bisschen was kaputt. Ich habe dir den da hingeworfen. Es liegt auf der Kiste. Yo. Äh, wo war ich denn da? Ach, genau da. Aber wie war das? Oh, Gravel muss jetzt mit dem Hammer zerschlagen, oder? Ich glaube, du kannst das gar nicht zerschlagen. Ah, nee, doch. Ging das jetzt oder nicht? Warte, ich probiere mal aus. Äh, Hammer. Ah ja, das geht. Alles klar. Das muss wieder zusammen craften, nochmal. Der Ofen. Warte. Das und die Hoe. Habe ich kein Hoe gemacht? Oh, ich habe ein Stone Hoe gemacht. Ganz schön hoch. Das haben wir Sand. Ach genau, und den Sand will da auseinander klopfen, ne? Oh, ich bin auch ein Fail. Nee. Okay. Das kriegen wir hin. So. Aber ich würde mal sagen, wie es dann weitergeht mit dem Electric Fabricator, hieß der, glaube ich, oder? Ja, ja, Circuit Fabricator. Circuit Fabricator. Seht ihr dann bei Spark, dann geht es nämlich Richtung anderen Planeten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert die beiden hier, wenn ihr die nicht gemacht habt. Und ansonsten bis zum nächsten Part. Tschüss. Und tschüss. Tschau, tschau, tschau.